Ah, heute ist es aber ruhig. Quallen fliegen rum, eine schöne Windbrise. Dafür könnte ich Blasen machen. Da ist es Zeit dafür. Spongebob, ich kann mich bei dem Lärm nicht konzentrieren. Okay, ist gut, ich mach Stopp. Ja, gut. Hä? 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 Ah, jetzt ist Zeit zum Vorspielen. Tadeus wird euch jetzt was Schönes vorspielen. Danke, danke. Ah, Spongebob, ich muss mich konzentrieren. Hey, Tadeus, willst du Blasen machen? Nein, wozu? Ich hab keine Zeit dafür. Ich will jetzt vorspielen. Aha. Ja, es ist doch nur dumm. Oh, hallo. Oh. Oh. Guten Tag, mein Herr, wollen Sie Blasen für 25 Cent machen? Ja, aber ich hab kein Geld, kann ich mir was auswählen? Natürlich. Hier, nimm das. Danke. Hier. Danke. Richtiges Geld, gut. Ah, was für dummer Scheiß. So, jetzt werde ich vorspielen. Hier, bitte sehr. Ein Seifenbläser. Hier, eine Stunde für 25 Cent. Eine Stunde für 25 Cent. Oh, ja, aber ich kann nicht mehr wieder Geld leihen. Danke. Hier. Danke. Okay, also du musst so machen. Erst so. Ausfallschritt. Dann drehen. Dann dreimal rechts drehen. Eins, zwei, drei. Dann springst du, dann springst du weg, kommst wieder zurück. Dann gehst du wieder Ausfallschritt. Und dann drehst du dich so im Kreis. Dann springst du und dann machst du verrückte Dinge. Jetzt kommt es wieder. das, ultimative Oh, 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 ... eine Kiraffe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, wollen Sie Seifenblasen blasen? Nein, so einen Mist mache ich nicht Das ist doch total dummer und Mist Guck, die Technik geht so also, du gehst den Ausfallschritt, drehst dich drehst dein Kopf dreimal. Doch dort 1, 2, 3. Dann springst du rum und dann machst du komische Dinge. Und dann drehst du dich im Kreis und dann machst du komische Dinge. Das ist die Technik. Und sowas nennt man Kunst. Aua! Was soll das für ein Mist? Das ist doch keine Kunst, das ist nur Blödsinn. Oh! Was ist das überhaupt? Das sind nur 25 Cent, mein Herr. Hä? 25 Cent? Ja, die kannst du haben. Hey, sie können auch noch Lernstunden nehmen. Nee, dafür bin ich viel zu gut. Hier. 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 Hey, da gibt's nen Technik, Taddeus. So, so, so und 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 so. Und dann noch so hier. Und dann so im Kreis und dann so, so, so und dann so. Das Ganze nennt man Technik. Technik, 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 Technik. Also, du gehst Ausfallschritt, drehst dich zweimal nach links. 1, 2, 3. Dann drehst du dich so herum, dann springst du herum und dann machst du komische Dinge. Taddeus, das war so toll, ja, sehr gut. Ja, ich kann's halt eben. So was kann man nur sehen. Und das ist Technik, Taddeus. Technik, 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 das war ich. Ich bin richtig gut. So, dann entschuldige ich mich ja. Daran könnte ich mich gewöhnen. Taddeus, 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 Taddeus. Hä? Pessi, guck mal. Taddeus, wo fliegt er denn hin? Taddeus, ja, was ist denn? Guckt doch mal euer Genie an. Oh, natürlich, ich bin ganz weit oben. Oh, everywhere. Taddeus. Taddeus, Taddeus. Taddeus. Taddeus, Taddeus. Taddeus. Vielen Dank.